Moin Leute, heute wieder mal aus Belgien, zur allgemeinen Überraschung. Ich versuche mal den Wanderweg an, wie auch immer man das ausspricht, Lingen-Linspo. Soll sehr schön sein, viele Pfade, viel schmaler Weg, viel Bach, viel Natur. Und mit schönem Wetter ist auch viele Leute, deswegen bei nicht so schönem Wetter und früh. Alles klar, dann schauen wir mal, wie es wird. Jetzt ist es endlich weg von den Häusern. Jetzt geht es in den Wald. Erstmal mit den Füßen waschen, wenn man möchte. Ansonsten geht es jetzt los. Erstmal mit den Häusern. Sollte Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Gut 90% nur schmale Pfade vollzugeben und echt Schwein gehabt. Kaum Leute getroffen. War eine superschöne Nummer. Bis zum nächsten Mal. Tschö tschö.